moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie im kampagnen modus noch eine weitere geheime visiten karte freischalten könnt und zwar müsst ihr bei der mission verzweifelte maßnahmen so gegen ende irgendwann wenn ihr in den bunker runter geht und im aufzug seid dann kommt der imran zakayev in aufzug rein wir drückt auf den aufzug richtung bunker und jetzt wird er euch aufhalten so nun wenn er jetzt mit euch im aufzug ist müsst ihr also seine fragen richtig beantworten heute ganz wichtig dann hören wir ihn erstmal zu die erste frage klickt er einfach auf nur heute dann redet er noch so ein bisschen mit euch und bei der zweiten frage müsst ihr machen wie unterstehen sowohl sowohl falls ich es richtig ausspreche so bei mir kommt jetzt da nichts leute weil ich das in einem anderen game schon gemacht habe aber falls ihr das zum ersten mal macht kriegt ihr da rechts eine benachrichtigung dass ihr die visitenkarte unangenehmes gespräch freigeschaltet habt so das war's dann mit dem video leute falls euch das video gefallen hat und ihr mehr zum kampagnen modus wollt schreibt mir in die kommentare lasst doch ein like da und für all die die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle gerne ändern ansonsten ciao und bis zum nächsten video